Unsere Nutztiere wachsen einzigartig auf. Eine tiergerechte Stall- und Aussenhaltung, überschaubare Betriebsstrukturen mit ökologischer Bewirtschaftung und ein optimales Tierschutzgesetz bilden die Basis. Damit sind wir vielen einen Schritt voraus. Qualität und Nachfrage bestimmen den Preis. Die vielen Viehmärkte im ganzen Land sorgen für persönliche Kontakte zwischen Bauern und Verwertern, aber auch für eine einheitliche Qualitätseinschätzung. Qualität und Tierschutz bedeuten aber auch, dass die Tiere tiergerecht und nur über kurze Strecken transportiert werden. Denn nur aus den besten Rohstoffen entstehen köstliche Fleischprodukte und Wurstwaren von hoher Qualität. Ob als Braten, Filet oder Wurst, Fleisch aus der Schweiz ist immer ein Stück Genuss. Schweizer Fleisch – alles andere ist Beilage.